Augen auf Medienanalyse. Die Fauci-Files. Fauci log, als er sagte, er habe nie ein Twitter-Konto gehabt. Interne Twitter-Informationen enthüllen, dass er einen Account für WHO-Covid-Response übernommen hat. Ein Twitter-Thread von Paul D. Thacker vom 20. April 2023 in einer Übersetzung von Q-Lobal Change. 1. Twitter-Files. Hashtag Fauci-Farma-Files. Als Elon Musk im vergangenen Dezember seinen viralen Tweet über Fauci absetzte, sagte Fauci auf Fox News, er habe keine Ahnung, wovon Elon spricht. 2. Zitat. Viele Leute verbreiten eine Menge Dinge über mich und Twitter, sagte Fauci gegenüber Fox News. Ich habe nie ein Twitter-Konto gehabt. Ich habe nicht vor, ein Twitter-Konto zu haben und ich habe nichts mit Twitter zu tun. Ich weiß also auch nicht, wovon sie reden, wenn sie das sagen. 3. Fauci machte ähnliche Behauptungen in einer siebenstündigen Befragung, in der er bestritt, Twitter zu benutzen oder überhaupt zu wissen, wie man einen Tweet abruft. 4. Ein interner Twitter-Bericht vom März 2021 enthüllte jedoch, dass Dr. Anthony Fauci einen Account für WHO-Covid-Response übernommen hat, was im Widerspruch zu Fauci's öffentlichen Aussagen und seiner eidesstattlichen Aussage vom 23. November 2022 steht. Zitat des Screenshots. US. Die COVID-19-Taskforce des Weißen Hauses veranstaltete am 4. Februar eine Fragestunde mit drei wichtigen COVID-19-Gesundheitsexperten. Dr. Anthony Fauci übernahm ein Konto für WHO-Covid-Response. Dr. Ruscha Walensky stellte sich den Fragen von CDC-Director. Andy Slewitt, COVID-19-Response-Team-Senior-Advisor des Weißen Hauses, beantwortete Fragen. Die Experten beantworteten 32 Fragen von Twitter-Nutzern. Organisch erhielt die Frage-Antwort-Veranstaltung über 4 Millionen Aufrufe. 5. Diesem Tweet zufolge übernahm Fauci im April 2021 erneut das COVID-19-Reaktionskonto des Weißen Hauses. Zitat des Screenshots. Hören Sie direkt von unseren Experten für öffentliche Gesundheit, die auf Twitter Fragen zu COVID-19 und den Impfstoffen beantworten. Dr. Fauci wird diesen Account übernehmen und gemeinsam mit Surgeon General NIH Director Dr. Nunez Smith 46 und CDC Director Antworten geben. Antworten Sie mit Ihren Fragen. 6. Fauci wurde von Twitter 1.0 geliebt. Elon Musk twitterte letzten Dezember, dass ehemalige Mitarbeiter einen internen Slack-Kanal hatten, der unironisch Fauci-Fanclub genannt wurde. 7. Die Anwältin Angela Scherer, die das Unternehmen verließ, als Musk versuchte, Twitter zu kaufen, lobte Fauci als, Zitat, die führende, vertrauenswürdige Stimme in Bezug auf die COVID-19-Antwort in den Vereinigten Staaten. 8. Angela Scherer war bei Twitter kein unbeschriebenes Blatt. Laut einer Aussage des FBI-Agenten Elvis Chan war Scherer eine der Anwältinnen, mit denen er bei Twitter in Sachen Desinformation zusammenarbeitete. Zitate Screenshots. Frage. Gibt es noch jemanden bei Twitter, der an Treffen teilnimmt, die sich auf böswillige ausländische Einflussnahme oder Desinformation beziehen? Antwort. Ja. Auf der Seite der Anwälte waren regelmäßig mehrere Sicherheitsberater anwesend. Und die ranghöchste Funktionärin zur Zeit der Wahl in 2020 war Angela Scherer, aber auch sie ist nicht mehr im Unternehmen. 9. Twitter hat sich nicht nur auf die Stimmen prominenter Ärzte wie Fauci verlassen. Merkwürdigerweise arbeiteten sie auch mit Pharmakonzernen und Apothekenketten zusammen, um Impfstoff-Marketing-Kampagnen zu gestalten. 10. Im Dezember 2020 kündigte Twitter an, mit der Entfernung und Kennzeichnung von Tweets zu beginnen, die Fehlinformationen zu Impfstoffen enthalten, insbesondere zu Covid-19-Impfstoffen. Zitate Screenshots. Covid-19. Unser Ansatz bei irreführenden Impfstoffinformationen. Von Twitter Safety. Mittwoch, 16. Dezember 2020. 11. Im gleichen Zeitraum begann Twitter mit Johnson & Johnson an einer Marketingstrategie für den Covid-19-Impfstoff, um mit CVS Pharmacy an der Förderung genehmigter Narrative zu arbeiten. Zitat des rot markierten Abschnitts des Screenshots. Kundenarbeit. Aktualisierungen. Pitching mit CVS über Taktiken zur Ausweitung der Verbreitung der bevorstehenden One-Step-Closer-Impfkampagne erwartet derzeit eine Rückmeldung. Warten auf weitere Details der Messaging-Strategie von Johnson & Johnson nach der Zulassung des Impfstoffs. 12. Im Sommer 2021 begann Johnson & Johnson, eine ganze Reihe von Produkten über Twitter zu vermarkten, darunter ein umstrittenes Antidepressivum. Zitate Screenshots. Johnson & Johnson nutzt Twitter, um sein Netzwerk von erzählenden Patienten zu erweitern. Von Nathalie Messekian, 20. Juli 2021. 13. Vielen Dank an Texas Lindsay, die geholfen hat, Twitter-Falls zu sammeln und zu organisieren. Wir haben gelesen und gelesen, bis uns die Augen bluteten. Mehr dazu in Kürze. 14. Martin Kaldorf von Harvard, der die Bundesregierung verklagt, weil sie mit Social-Media-Unternehmen bei der Zensur zusammenarbeitet. Zitat Twitter sollte ein Ort sein, an dem Menschen Ideen ohne Zensur austauschen können. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig. Komplett unkommerziell. Rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar. Und wenn dir ein Video gefällt, dann like es. Bis zum nächsten Mal.